Wie hat dir das gefallen und was hast du genau erlebt? Also ich habe auch Wohnzimmer und Küche in einem gesehen, also bis dahinten war Küche und wo ich, äh Wohnzimmer und wo ich gestanden bin war Küche und es waren verschiedene Sachen, wo ich draufgegeben habe können und wo es dann in ihrer Bestandkeit ist sozusagen aufgegangen ist und man sich erkundigen könnte, wie, aus was das zum Beispiel besteht. Und wie hat dir das gefallen? Es war echt cool. Könntest du dir vorstellen, in Zukunft sowas auch zu nutzen, wenn du von zuhause sowas beim Einkaufen willst? Wie? Es geht ja darum, dass man auch Produkte kaufen kann in Zukunft. Oh, durch diese Brille? Genau, ja. Das wäre echt cool eigentlich. Ich finde das virtuelle eh eigentlich ziemlich spannend und was man mit dem eigentlich alles machen kann, finde ich echt lustig. Ja. Ja. Ja.